Hallo meine Freunde der Sonne, weiter geht's mit Solar Wars. Wir gucken uns heute an die dümmsten Geräusche und wenn ihr das erste Video um 16 Uhr noch nie angeguckt habt, werde ich das hier nochmal sagen. Heute fällt leider eure Beichten aus, es sind zu wenig Beichten bei mir angekommen. Vielleicht sind sie ja bei jemand anders, aber bei mir sind sie leider nicht angekommen. Also wenn ihr wollt, dass das Format regelmäßig kommt, also was heißt regelmäßig, ist immer am Sonntag, dann bräuchte ich natürlich auch Beichten. Das wäre natürlich total super, wenn ihr mir Beichten schicken könntet. Ihr habt die Möglichkeit über Twitter, Instagram und über YouTube. Würde mich freuen und wir gucken heute jetzt mal hier rein. Und dann stand ich da auf Gefällt und hab mir nur gedacht, ja halt mal, wo sind wir hier gelandet? Fragen wir mal den alten Opa da hinten, das ist doch der Kanzler. Hey Opa, guck mal da hinten. Wer ist stark und läuft durch den Park? Count Dooku! Richtig! Was ist denn das für ein Scheißkerl? Das ist ich Count Choco. Count Dooku heißt der. Ich kann Karate. Immer diese blöden Jedi-Angeber zum Kotzen. Ähm, Frau Merkel, ich bin auch ein Jedi und hab noch nicht einmal angegeben. Lass uns kämpfen, dann wird dieser Scheißfilm etwas interessanter. Ist das ein Engländer? Interessanter. Halt den Mund, wenn ich dich unterbreche. Bziuuuu. 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 Ich bin ein Berliner. Du hast schwach angefangen, aber dann noch unheimlich stark nachgelassen. Ich bin ein. Na, du bist so funny, Jung. Ich hab das Gefühl, ich muss kacken. Bziuuuu. Bziuuuu. Boah, das hat doch weh getan. Bziuuuu. Daneben. Bziuuuu. 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 wirklich schon schade. War sehr kurz, war ein kleiner Quickie, aber war wie immer sehr geil. Wenn ihr wollt, dass ich auf alle Folgen reagiere, sagt mir bitte einfach in den Kommentaren Bescheid. Und ja, wir sehen uns definitiv, dativ, akkusativ, im nächsten Video bis dahin, haut rein und tschüss.